Was macht ihr, um zusammen an ein Ziel zu kommen? Ihr findet einen gemeinsamen Rhythmus. Hallo, wir sind Gordon Hanso und Alexander Willems. Noch immer sitzen nicht alle Regierungen in einem Boot beim Ziel, niemanden zurückzulassen. Wir müssen weltweit stärker zusammenhalten und mehr finanzielle, technologische und wirtschaftliche Unterstützung für ärmere Länder leisten. Gemeinsam mit euch wollen wir die Schlagzahl erhöhen auf dem Weg zur globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung. Informiere dich jetzt zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.